Alles klar meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Wayman Legends Definitive Edition auf der Nintendo Switch. Beim letzten Mal haben wir diese super tollen Level gespielt, die wir durch die Glückslose bekommen haben. Und eigentlich war die Level wirklich ziemlich cool. Und dieses Mal spielen wir im Hauptspiel weiter. Okay, was passiert jetzt hier? Achso, wir haben das freigeschaltet. Ne, jetzt spielen wir ganz normal im Hauptspiel weiter und haben am Ende sogar ein Musiklevel. Da mache ich dann ganz normal wieder meine Stimme aus, ich spiele ein bisschen lauter und dann passt das auch. Außer das Level davor dauert jetzt eine halbe Stunde oder so, aber ich gehe nicht davon aus. Also ich denke mal, heute kommt dieses Musiklevel schon noch. Dragon Slayer. Aber erstmal das ist die Schwierigkeit 5. Mhm. Klingt doch vernünftig. Ähm, hallo? Nein. Alter. Wow. Sieht ja schon vielversprechend aus. Boah, jetzt geht das hier da los. Ich hoffe, man wird nicht verfolgt oder so, weil das liebe ich so eine Level. Ähm. Ich sterbe nicht. Ich hätte überlebt, aber ich möchte nochmal neu starten, gerne. Okay. Ähm. 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 Das war... Gut. Nein! Was mache ich eigentlich? Oh, Mann. So. Ähm. Ähm. Äh, und jetzt? Oh, ich habe irgendwas aktiviert. Aktimalisiert. Oh, diese ganzen Typen. Ähm. Ähm. Moin. Was geht ab bei euch? Die wollen mir doch nichts Böses, oder? Oh, Masterhand. Ja, gut. Ja, gut. Habe ich gesagt? Oh, Mann. Komm schon. Alter, was ist das hier? Ich hasse das, wenn man da raufspringen muss. Ja, wahrscheinlich. Dann kommt man... Oh, Gott. Ich komme jetzt schon nicht mehr klar mit dem Level. So, den hole ich mir aber. Nein! Ach. Ich hätte dieses Leben am Anfang so gut gebraucht. Ja, komm. Lächerlich. So, neuer Versuch. Okay, und jetzt? Und jetzt? Hallo? Oh, natürlich kein Checkpoint. Was hätte ich denn da gerade machen müssen? Ja, ich muss nach da oben. Ist mir schon klar. Wie komme ich da hin? Ach so. Ah ja. Und jetzt? Ich muss den jetzt abschießen, oder was? Ah, tatsächlich. Ah, okay. Aber immer ein Checkpoint. Ah, okay. Der... Ich schießen ist doch nicht so schwer zu kapieren, oder? So, jetzt habe ich das Leben. Na, das hat mir echt viel gebracht. Warum läuft der immer mit, wenn ich schieße? Oh, wahrscheinlich bin ich jetzt da reingefallen. Ähm, ups. Okay. Okay. Ähm, ups. So. So. Nein! Das war nicht so gewollt. Oh, ich habe ihn besiegt. Was ein ekliger Kampf. Oh, war das schlimm. Oh, jetzt geht das weiter. Äh. Jetzt? Äh. Okay. Alter WTF. Wow. Man, ey. Das ist doch viel schwerer, da nichts zu treffen. Oh. Aha. Mhm. Cool. Feier ich. Ja, ja. Mega. Ganz vorsichtig nach oben. Mhm. Ganz. Und was jetzt? Ja. Ist jetzt der nächste Bosskampf, oder was? Ähm, mir gefällt das nicht, was sich da im Hintergrund tut. Ähm. Ups. Ich sollte vielleicht fliegen. Was passiert hier? Ich habe da keinen Bock drauf. Ähm, okay. Ich hoffe, ich muss nicht dagegen kämpfen. Aber es sieht ganz danach aus. Wow. Jetzt muss ich immer warten, bis die sich aufnehmen muss. Doch nicht. Okay. Alles gut. Ey, was ist das? Ich habe auch nicht... Ich habe natürlich auch kein Leben, oder sowas. Aha. Okay, der eine ist tot. Komm, jetzt. Das ist ein Krieg jetzt auch noch. Leben. Leben. Ich brauche dich. Aha. Warum sieht man den Schatten von dem anderen noch? Jetzt sterbt doch endlich. Okay, da fliegt gerade irgendein... Ah, ne, das ist auch der wieder. Okay. Weiter geht's. Ich hoffe, das war's dann erstmal. Oh nein, das Geld. Hallo, Geld? Ach so! Ups. Es ist gar kein Sparschwein. Es ist einfach nur ein Trampolin. Äh... Ja, gut. Hä? Was passiert hier? Nein! Runter! 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 Runter, Mann! Elender! Ich muss sterben. Ich muss den da links bekommen. Okay, ich hab' ihn tatsächlich. Was passiert jetzt? Äh... Wow. Hä? Dieses Level sind auf jeden Fall fünf Sterne, so. Regen war davor jedes Level Philipp hatte. Was ist das hier? Ja, wow. Und da hab' ich dann wieder mein Leben verloren. Nein! Okay, ich bin auf der Plattform. Ich hab' mein Leben verloren, aber immerhin bin ich hier. Hier ist ein Checkpoint, hoffe ich. Ey! Toll, und wie kämpfe ich jetzt gegen den? Ah! Okay, jo. Ja, moin. Ach so! Ich will nicht wissen, wie der Bosskampf hier in dem Spiel ist. Was hat mich getroffen? Okay, jetzt ist er einfach gar nicht gesprungen. Muss man ja nicht. Ich kann ja hier niemanden zwingen. Ach so, die Hand. Ach so, und jetzt weiß man da auch, wo der lang geht. Ja. Okay. Hallo? Bisschen höher springen? Nö? Nein? Ja, okay. Aha. Jetzt? Ah! Okay. Ja, ja. Hm. Genau. Aha. Versteh' ich schon. Okay, jetzt hat er gar keinen Bock mehr, oder was? Ach so! Diese, diese kleine Hand trifft mich natürlich. Mhm. Ah, ja, ja. Ich feiere das echt. Mega Level. Kann man gar nicht anders sagen. Ah, klar, der trifft mich da. Das hätte ich mir denken können. Ah, der geht einfach komplett durch, ohne irgendwas zu treffen. Hätte ich mir auch denken können. Der geht auch durch, ohne irgendwas zu treffen, hätte ich mir auch denken können. Ich habe halt kein, ich habe kein Leben. Oh, wenn ich runterfalle, ist auch das Leben egal. Alles okay. Ach, der geht einfach durch, ohne irgendwas zu treffen. Klar. Warum nicht? Ach, der hat gar nichts getroffen. Auch gut. Mein Leben ist weg, aber wenn ich runterfalle, wie es immer passiert, ist es... Also, du bist mal nach da oben. Okay, danke schwein. Und dann, ich hoffe, wenn ich die Oh, so viel fehlt noch gar nicht mehr. Aber lass mich raten, ich fall gleich runter. Okay, jetzt schlägt... Ich hab zwar gedrückt, aber er muss nicht angreifen. Okay, der hat gar nichts getroffen. Oh, oh. Danke, Schwein. Äh, hab ich ihn besiegt? Ey, ich dachte gerade, ich bin gestorben. Ich dachte gerade wirklich, ich bin gestorben. Oh mein Gott. Ey, ist das lächerlich. Ich dachte wirklich, ich bin gestorben. Ich wollte gerade meine Kontrolle aus der Hand werfen. Ey. Lächerlich. Ey, ich hab 600. Cool. 630. Zum Glück, äh, hab ich die da auch eingesammelt. Äh, das war wieder ein Schuss in den Ofen. Und dieses Level war auch ein Schuss in den Ofen. Was war das für ein Level? WTF. Oh, was passiert jetzt hier? Kommt noch ein Planet dazu? Eine halbe Ewigkeit später. Oh, 999 Münzen. Und es gab eine 100. Also das muss man erstmal schaffen. Ja, es dauert jetzt erstmal. Ha, easy. Trotzdem, warum kam gerade dieser Abspann? Ich verstehe es nicht. Es kommt noch eine Welt und das Musiklevel. Also. Okay. Verstehe ich zwar nicht. Zeitlevel, die kann ich auch irgendwann noch machen. Aber da hab ich gar keinen Bock drauf. Du hast das geschafft. Du hast die 5 finsteren Kleinlinge besiegt. Die werden sich eine Weile nicht mehr blicken lassen. Hier sind 10.000 Lums, um den Sieg zu feiern. Der teuflische, fitzere Wayman ist plötzlich aufgetaucht und hat 6 Gemälde heimgesucht. Begib dich zurück in die bereits geretteten Welten. Bekämpfe ihn in 9 heimgesuchten Gemälden und rette neue Kleinlinge. Öh. Da hab ich aber keinen Bock drauf, muss ich sagen. Okay, jetzt kommt das hier. Achso, dann mach ich mich mal stumm und das Spiel lauter. Und tschüss. Tschüss. Und dann mach ich mich mal. Und dann mach ich mich mal. Ja gut. Ich würde sagen, dieses Level war ziemlich cool und es hat auch gar nicht lange gedauert. Außer dass ich hab es jetzt, nachdem ich es einmal geschafft hab, beim dritten Mal gleich geschafft. Aber davor habe ich ewig für dieses Level gebraucht. Obwohl ich Checkpoints hatte. Aber das war auf jeden Fall ein sehr cooles Level. Das muss man sagen. Puh. Aber endlich. Und dann öffnen wir noch sieben glückslose. Ähm, okay. So viel hätte ich jetzt nicht gedacht, aber auch gut. Haben wir sogar wieder ein Level bekommen. Ich hoffe, die Lautstärke vom Spiel passt jetzt überhaupt. Ich weiß nicht, wie vor ich es da vor hatte. Aber ich hab jetzt auch 50. Das sollte eigentlich passen. Ich glaub, so 40 hatte ich. Egal. So, ein bisschen Geld hatte ich eben. Ein Kuscheltier. Okay. So, ein Level. Dann können wir beim nächsten Mal diese Level spielen. Auch gut. Noch ein Level? Was ist hier los? Auch so viele. Drei Level schon. Okay, wir haben ein bisschen. Oh, ganz bisschen Geld nur. Naja. Und ein Kuscheltier. Yay. Gut. Unik. Was ist Unik? Unik ist ein... Schwein. Wir haben so viele Schweine. Es ist trotzdem ein Schwein. Ist das Unik? Jetzt weiß ich gar nicht, was Unik ist. Wir haben so viele bekommen. Das hier ist doch Unik. Unik war der letzte. Unik ist wirklich ein Schwein. Tatsächlich. Cool. Aber ich will noch was gucken. Nämlich, ob wir neue Charaktere freigeschaltet haben. Das sind wahrscheinlich ab 100.000. Dann fehlen genau. Egal, ich gucke trotzdem nach. Wenn die jetzt gar keine Ausrufe zeichnen. Also wahrscheinlich nicht. Ab 100.000 gibt es dann das nächste oder wie? Ja, hier. Dieser Magier aber nur. Okay, der ist jetzt nicht so toll. Na gut. Ich würde sagen, das war es dann aber mit der Folge. Also ich glaube, diese Folge war ganz cool heute. Ein krasser Bosskampf und ein schönes Musiklevel. Für mich zum Aufnehmen war es zwar die Hölle, weil diese Level waren verdammt schwer. Aber ich glaube zum Zugucken war es ganz cool. Und wenn ihr das auch so seht, dann könnt ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben geben, mich kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Wayman Legends Definitive Edition. Dann mit den Level, welche wir durch die Lose bekommen haben. Und ciao.